Sarkola, ich komme um dich zu beschützen! Heidelein, guck doch mir den Kreistagel an. Da fehlt mir die Worte im Mordslump. Wann bin ich eigentlich da im Kreislump gelaufen? Schwäbisch Gmünd ist so verworrend. Ich bin doch der Sarah Connor und der Herrgrind. Aber ich kriege ihn noch! Da gibt es ein Ortstheater dahin. Ich muss die Zukunft schützen. Ja, wer bist denn du jetzt? Ja, ich möchte... Was willst du denn? Ich möchte... Vanille Eis mit Sahne. Was hat er jetzt gesagt? Sahne oder Sarah? Ich muss alle Sarahs eliminieren, um die Zukunft der Maschine zu schützen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich will Sahne! Ah, der Sarah, sag's doch gleich! Pfff! Ha! Eliminierter hänen! So muss es sein! Ja! Ja! Ha! 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 I'll be back! Du- landschimmee ik! Du- tu- du- du- you- tu… Du- tu- du- du- du! Du- 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 du! Phif! Narzissmus aus schamanischer Sicht Guten Morgen meine Damen und Herren, Bullshit Moin, ein, wie gesagt, Rolf, das ist ein Mensch Echter Schamanen, Kampfkunstmeister, chemisch hochsensibel Öp, es ist ja Du bist ja durchsichtig, Kampfkunstmeister, halt du die Fress Und dir ist ja nichts dran, du bist ja durchsichtig Und die nimmt ja der Wind mit, halt du bist von so ein Maché wie mich Kein Gegner, ich komm aus der Zukunft Kein Wunder, was bist du von, ähm, Kobold Es ist ja die reinste Gammelfleisch schon, was sie vor meinen Augen haben Das ist ja unglaublich, das ist ja ekelig, wie du aussiehst Du bist da schon nur aus Haut und Knochen Ekelhaft Bist du sensibel gegen Lenzwille oder was? Ich denke das da, seit du da bist Jetzt der Wurm Ich renne über den Haufen gleich Ich meine, die können ja leicht vorbeigingen Sonst der Zahnstocher, wie du bist Unglaublich Du bist wirklich beherrschend, damit ich nicht ausfallen werde Erstmal, halt ganz einfach, schlicht endlich mal deine inkompetente Schnauze Mir gegenüber Denn eben gerade die absolute Frechheit Mir gegenüber geäußert Ich soll den Mund halten Ich habe vor nichts mehr an Und der Einzige, der hier wirklich mal die Klappe halten sollte Das sind Sie Jetzt langts mal, Junge Jetzt langts mal Ich tanz gleich Tango Der Einzige, der Tango tanzt würde, Junge Das wäre ich Und das dauert keine Minute Jetzt langts mal Du wirst Eliminiert I'll be back Was nicht für Fettpacki Uh Das Winklerkind Hey du Hey du Fettterrier Sie Winklerlord Drachenlord Sie Bämule Der steht mir vollem Weg um Das kann ich nicht brauchen Ich muss Sachen können eliminieren Um die Zukunft der Maschinen zu sichern Jetzt gang weg Klotz mich nicht so an Fettpacki Unglaublich Er beschwert sich darüber Dass ich mich über den Scheißbullen Aufrecht, dass ich einen Job nicht machen Und dann kriege ich Anzeige Weil ich das behaupte Und dann ziehe ich noch Oh mein Gott Oh mein Gott Heiß im Panzer Räck dich nicht so auf Was hat der jetzt Dahinde Wenn der jetzt Oh mein Handy Wenn der jetzt einen Herzinfarkt kriegt Dann 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 Oder hat den Orgasmus dahinde Denkst du ans Essen Oder was 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 der hat Aber ich glaube Der sieht auch aus Wie der Kurz vor dem Herzen Da gestanden Nicht dass der Hundertmittel aufs ist Ich helfe dir nicht Jetzt kotzt sie gleich Oder was Störbt er schneller Brau Ja jetzt Hat sein Körpermittel Aufgesackt Also Habe ich mir schon mal Nicht mit Fotoschmutzig machen müssen Bei der Geschichte Junge Junge Aber jetzt ist die Sache Trau Ja Tut 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 Ja wirklich schönes Rathaus Tut 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 tut